Das Cockpit ist genau in meine Richtung jetzt. Holy shit. Ich könnte den Spieler... Okay, lass, lass, lass schießen. Lass schießen auf den Heli. Zapp auf mich, maybe. Und dann regt ihr euch auf, dass ich scheiße laber. Oh, tschüssig. Oh, tschüssig. Versteh. Das ist echt der Sand in der Brüder. Prüßig, vorne sind zwei Helikopter. Schieß sie ab. Puch, 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 Puch. Piu, 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 Piu. Piu, Piu, Motherfucker. Wo? Der Base. Hahahaha... Piu, Piu, Piu. Piu, Piu, Piu. Hi Freunde. Wir sind wieder da. Piu, Piu. Wir haben die Pflicht immer wenn wir hier vorbei fahren zu einmal zu gucken... Ne, da links schießt ein Gartentür Hier auch Ach, da auch Da ist ja Eingang zu Narnia Ja, die ist schon vor lange nicht mehr da Eingang zu Narnia Das ist ein Nether-Portal Das ist noch nicht ganz aktiviert Fehlt noch die Lava Hier verschwindet auch von Tag zu Tag mehr Melee Ist da gelandet Guckt auf uns Oh, die werden beschossen Von der Mission Wir können mit dem Auto noch vorfahren Am besten der mit dem Flüssel Ja, da gibt den Schlüssel dann ab Das ist der wie Armut Ach das, oh nein Den hole ich mir jetzt Das ist ein Krankenhaus von dauer Hast du den wie Armut schon gesehen? Naja, aber ich hole mir jetzt Ich töte hier jetzt einfach Mir scheißegal Ich halte mit meiner PKP rein Helikopter landet, glaube ich Bist du das grüßig? Ja, ja Was ist das? Wie werden das? Echt? Na, die sind da beschäftigt zu schießen Glaub ich Oh ja, die ballern richtig hart Oh ja, die ballern sich gegenseitig Jetzt kommt der Quisic und macht alles kaputt Ne, da sind Bots Das sind nicht das für wie Armut Das ist nur Das ist der Das ist die Venom die schießt Die hört sich genauso an Aber da haben doch grad zwei Mini ganz geschossen gleichzeitig Die Venom hat zwei Schieß noch nicht Schieß noch nicht Ich weiß aber ja nicht Landen die dann, ne ne? Wartet noch, bis sie nochmal hovern Wie viele Bots leben da noch? Da sind nicht mehr viele, ne? Das geht Warte, wir lassen die mal clearn Wir lassen die mal komplett clearn Vielleicht landen die nachher und dann holen wir uns die Achskill Ich glaub die werden aber nicht landen, der wird die da nur ablassen jetzt Ja, aber dann holen wir die Dann holen wir die Sind nur zwei Leute in der Venom Da schießt jemand anders Ja Ah, ich seh ihn Wir schießen, wir schießen Der liegt da mitten auf dem Feld Landen die? Ne, ne? Wir lassen, wir lassen die, wir lassen die, wir lassen die die Hauptarbeit machen Rechts einer mitten auf dem Feld liegt einer, ne? Da müsst ihr auch passen wo er hinschießt Der liegt hinterm Busch, das könnt ihr nicht sehen Ich kann, also ich seh ihn hab nur kurz gesehen Aber der hat volle Kanne rein Ja, der wird gleich sterben Ja, der wird gleich sterben Einer muss nach hinten immer schön abdecken Kommt da kommt ein Ja, da kommt noch was angeflogen Ah ne, gar nicht wahr Das ist ein Busch Da kann ein Busch angeflogen Ja, geht Lander an Flug Ok, warte Ich glaub da ist kein Bot mehr Wir warten, wir warten noch Erst wenn er landet Ich geb das Ich geb ihn vorher bestellen Ich geb ihn vorher bestellen Er spottet gar nur Ja, jetzt glaub ich geht der wirklich runter Ok Beide Noch nicht, noch nicht, noch nicht Aufgericht landet er direkt bei der Mission Aufgericht landet er direkt bei der Mission Aber ich... genau die Au, da ist einer mit dem Fighter bei der Mission Aber der fährt vorbei Ja Oder? Nö, der nennt das einfach Ja, warte, warte, wir lassen den Wir warten noch, wir warten noch Wir warten noch, wir warten noch Wir werden den... Das Cockpit ist genau in meine Richtung jetzt Holy Shit Meine auch Ich könnte den Spieler auf... Ok, lass, lass, lass schießen Lass schießen auf den Heli Ich glaub, der Spieler hinten ist... Tot Keiner ist Schieß drauf Schieß tot Fuck, der schießt nämlich Ich geb den vor der Kanne Shockwave was killed war, keiner von denen war? Habt ihr den Spieler down? Ja den hab ich gebeten Weiter Dauerfeuer, weiter Dauerfeuer auf den Wenn ihr Dauerfeuer macht sollte einer vorrennen an die Kiste, looten und wegrennen Wenn ihr sie abdenkt Der geht runter Kommt ihr wieder angeflogen? Ich muss mich eben verbinden Ja kommt Die Frage ist wie viele Munition die noch haben Der schießt halt nur auf mich ne? Ja Er sieht deine Leuchtspur glaub ich die ganze Zeit Wir müssen uns verteilen unbedingt Ich treffe ihn glaub ich nicht Soll ich zu mischen werden und die Dinger Jaja einer looten Hat das Auto hat das abgesperrt ne? Guck mal ob da ne dicke Waffe ist Dass wir mehr Munition haben gegen den Ja Ich denke da wird nicht allzu viel Munition haben Soll ich die? Oh die kommen wieder? Das Auto Die sind weg Irgendwo liegt hier noch einer Habt ihr das im Chat gelesen? Ja hab ich grad gelesen Einmal einmal bitte mich hier drauf gucken Dass ich jetzt nicht weggeschossen werde Ich guck gegenüber den Sniperberg Ich lauf grad zurück Ich such grad den SCV Geh dich auf jeden Fall weg Ich hab nicht mehr viel Munition Ja dann schnell lootet hier die ganzen Leute Ich guck das Der hat glaub ich viel zu viel kassiert Der hat wahrscheinlich keine Munition mehr Der wahrscheinlich Wir haben den wahrscheinlich gar nichts abgezogen Doch wir haben mich ja voll kann reingerotzt Das ne Vendom Die hält mehr aus als jeder andere Hedie Ja aber ich hab auf jeden Fall einmal hab ich den Garner getroffen Das meine ich Jetzt müsst ihr mich beschützen Einer auf dem Krankenhausdach könnte der letzte sein Also den der geschredet hat Das ist keine Manu Vielleicht liegt der da meine ich Ich guck was die Bots für Waffen Bro unbedingt Deckung wenn ich das Gold holen soll Der Manu holt das doch schon längst Besiegt Schild auf dem Mal kann man auf 5 Du musst nur mit Ja steck ein Helikopter 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 kommt wieder Wow Oh fuck Oh fuck Ich kann weg Der ist down Der ist down Oh mein Gott Nice Gib ihm Gib ihm Lass ihn nicht nochmal einsteigen als Piloten Der Engine ist down Nice Schuss Nice Schuss Das war halt gesessen Pass auf der Garner glaub ich sitz noch drin Ja der Garner sitzt noch drin Ich bin tot Ich bin tot Der Garner ist da nur noch rechts Ich bin auch tot Ja der Sniper ist da noch Da ist noch ein Sniper Ja Schaffst du das Ding? Quis Die haben unser Auto kaputt gemacht Okay Nice 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 Guck Nimm den Schlüssel 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 Oh Der liegt im anderen Leichen Such die Leichen durch Sniper Was Was habt ihr als Was habt ihr als Was seht ihr als Sniper 335 Meter, der K9 Ok, ich seh den Er hat mit dem Ersus geschossen Ich werd' beschossen Sniper? Fuck, ne Ich seh den Sniper, ich seh den Sniper, der läuft weg Ok, Hauptsache du links hingestellt Loot, du hast Zeit, der läuft weg, der läuft weg Ja, meine Leiche, nimm dir einfach mal ein Large Gunpack, da ist das ganze Geld drinnen Wo warst du denn? Ich weiß nicht, wo du liegst Ähm, rechts vom SUV Das VV ist explodiert Ich muss erst mal mir selber Deckung suchen Schütz mich, ich schütz mich Ich glaub' der Heli ist nicht kaputt Ich glaub' wir haben einfach nur den Piloten rausgeschossen Wow, der hat's angesetzt Ja, der hat's aber überlebt Der hat mich fast erwischt Ist hier denn Life fucking Leiche nicht Ich hab' keine Zwischen Ich kann mich nicht mit dem, ähm, messen Mit dem Sniper Guck' dass du ganz schnell lootest Ja, ich seh, ich seh die Leiche nicht vor Der kommt jetzt nochmal, der versucht dich nochmal irgendwie Daneben Der versucht mich zu, dann ist das ein Schwein Da wo du, du läufst grad auf den Dings So, auf den Sniper Das ist der bei dem Haus, oder was? Der ist, äh, rechts im Wald von der, äh, Feuerwehr Wie viel Gold hatst du, Manu? Ich hab' immer für'n Frühstückcase Das Gold lag, glaub' ich, daneben, neben dem Auto Das ist daneben aufgekloppt Ne, das war das nicht Verdammt, Manu, wo liegst du? Du liegst gar nicht Wir standen doch knapp nebeneinander Oder Perry lag knapp vor mir Ja, dann rechts von der, wenn du Rechts, rechts So südöstlich Ich hab' nicht glaub' ich Ich, ich kann den, ich Schießt du? Ich hab' geschossen, ja Da läuft einer auf dich zu, da läuft einer auf dich zu Da läuft einer auf dich zu Auf dem Feld Ähm, die von der, von der Krankenhaus, vom Krankenhaus aus Zwischen den Zombies war der Fuck, ich hab' den verloren Ich hab' den verloren Ich seh'n Zombie, der auf mich zuläuft Der hat, der hat'n Backpack gehabt Einer ist in den, in den Dings eingestiegen In was? In dem Heli? Ja Okay Der schießt Okay, nice Hat er denn Large Backpack? Ja Das könnte der sein Dann guck, dass du noch so viel Loot bekommst Wie du kommst Ja, kam noch keine Killmeldung Schieß hinterher Zombies kommen zu dir Ja, das war der Das war Okay Könnt ihr mir gerade mal sagen, wo er Er landet, er landet, er landet Ja, versuch mich jetzt nicht umzuhauen Ja, dann mach weiter Guck, guck, dass du Wir sind bei Go Glove oder wie die Stadt heißt Ich hab' erstmal, ich hab' erstmal den Heli gelockt Damit, damit keiner mehr reingeht an die Gun Naja Sollte es am besten alles einfach in den Dings packen Dann wegkriegen Geh, geht der Heli noch? Ähm, weißt du nicht, ich hab' nicht geguckt Sollte, weil wir haben nur die Piloten rausgeschossen Ja, aber der ist gut aufgelandet Ja, der ist übelst gut aufgesetzt Guck mal, sag mal, wenn der Sturzpflug auf mich ist Ja, ja Ich suche nur, ob hier irgendein Sniper ist Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Alter Oh, oh, der geht jetzt wieder auf Er ist in den Heli explodiert Lol, der ist tot Ist Heli kaputt? Der Heli ist nicht Heli hat er nicht getroffen Okay, dann machen wir mal, machen wir mal ein, zwei Kill Also schießen wir mal auf die Leichen drauf Ja, der ist tot Dann suche ich eben die anderen Leichen durch Wo Manu ist Ich hab keinen Platz mehr Ich hab Manu schon Dann kommst du mir, kommst du mir, kommst du mir Warte Ich hab das Gold Was hast du für eine Waffe? Die PKP Okay, du hast einen Nachkunft Ja, Engine und alles ist rot von der Venom Die geht nicht an Ja, ja, ich weiß Äh, lock die, lock die Hab ich Oh, ich werde beschossen, ich werde beschossen, ich werde tot Von links irgendwo von mir Du bist noch nicht tot Du bist noch nicht tot Und was ist los? Ja Aber der sitzt irgendwo neben mir In der Nähe Na, der saß weiter weg Problem ist, ich schaff's nicht Ich hab ganz wenig Blut Schaffst du Hinter die Venom Durch zu verbinden Ich hab gebrochene Beine Ja, ich bin wieder unconscious Ich brauche unbedingt jetzt Blut Ich gehe in Nahkampf Ich gehe in Nahkampf Das Problem ist Wie auf Zeit, Muka 1400 Meter Okay, ich seh den, ich seh den Der läuft hier durch die Gegend, glaub ich Der läuft zu mir Der läuft zu mir Ich bandagier mich Nee, das ist ein Hase, der läuft Ich kann den nicht sehen Ich kann den echt nicht sehen Ich versuch hinter den Dings zu rollen Ich hab gehört, wo die Schüsse herkommen, aber ich seh den da nicht Er muss, er kann dich auch noch minimal sehen Er muss irgendwie einen Berg oder so Ich gehe noch defensiver Ich gehe noch defensiver Ein Kilometer, Muka, dann bin ich da Ich laufe ganz nach oben, dass ich den Positionsvorteil habe Er ist südlich Südwestlich ist er Ich nehme die höchste Position ein Ich gewünsche einen Bloodback Damit ich nicht so schnell sterbe Weil ich hab kein Blut mehr Ich hab mir ein Bloodback gegeben Jetzt gebe ich mir noch schnell Morphin So, ich hab Morphin, ich renne weg Ja Der läuft zickzack, ne? Lauf zum Krankenhaus Ich bin dabei Versucht man irgendwie eine Engine zu finden noch dabei oder so Weil wenn eine Engine hat, dann kann ich fliegen Und vielleicht ein Scrap Metal Na, wir lassen den Heli stehen Wir können den jederzeit tun Wir haben den Schlüssel Wichtig ist, dass die den nicht haben Alles klar, 500 Meter Ich sehe es schon da vorne brennen Bin jetzt auch da Also wenn jemand ein Fahrrad zu Weiber sieht Das bin ich wahrscheinlich eh Okay Ich werde versuchen meine Leiche zu finden Ich sehe dich, ich sehe dich Links von dir muss irgendwo der andere sein Mal gucken Ich tue meine Leichtlücken vielleicht schieße an Dann siehst du genau wo Ja Ich müsste den zu 80% im Blick haben Ich sehe den noch nicht Das ist ein Wald Den Berg selber verdeckt der Wald Aber sonst sehe ich den zu 80% Ich habe überlebt Für sich schaffst du komplett außen lang Also ja genau Bleib da Ich gehe aufs Krankenhaus Ich gucke, ob ich den sehen kann Und ich gebe mir dabei noch ein Blatt weg Ich habe mich jetzt aufs Krankenhaus gelegt Einer läuft am Wer läuft von euch an der Venom Ich, ich, ich Okay Wie lange braucht Mano Keks noch? Oh, ich bin noch 2000 Meter entfernt Das geht, das ist schnell Ja Muka kannst du mir ungefähr sagen, wo der ist? Südwesten Siehst du mich? Äh Gerade in Ja Der ist südlich von mir Also da wo ich hingucke Den, äh Von dir aus gesehen Wald links irgendwo Auto Auto kommt ASV kommt Okay, okay Warte, warte Camp, camp da Perry noch nicht schießen Die, vielleicht wissen die nicht, dass du da bist Ich sehe ihn Der ist volle Kanne gegen etwas gefahren Ehrlich? Der fährt rückwärts Der fährt rückwärts Der hält jetzt hinterm Haus an Fuck Nicht, dass er jetzt hinter mir langkommt Weil dann Nein, nein, nein Der ist noch am Krankenhaus Jetzt fährt er weiter in deine Richtung Da ist auch einer mit dem Fahrrad Der fährt Der mit dem Fahrrad fährt Ich werde beschossen Ich habe das Fahrrad geschossen Er fährt aber weiter Er fährt weiter durch Was mit dem Auto? Der Auto Den gucke ich Auf den gucke ich gerade Der fährt weiter Der fährt weiter Der fährt weiter Der fährt die Kurve Jetzt fährt ein dritter um Perry, das wichtigste ist der eine Weil der müsste dich sehen können Indirekt Der SUV kommt jetzt wieder zurück Zur Stadt Ich schieße mal eben Ja Was auf der SUV ist jetzt hier In der Nähe Sind alle Leichen gelootet? Nein Ja, also Alle, die ich gesehen habe Sonst könnte ich auch mal eben zum Du kannst auch noch mal Ins Krankenhaus laufen, Perry Oder zu mir Leitung Der ist hinter dem Krankenhaus Ich habe ihn Wie Wie heißt dir? Äh Apple Pie Und Gilfanta Muss ich einlegen Ah, und Gilfanta Äh Gilfanta und Apple Pie Sind eingeladen Der fährt etwas weiter weg Perry, kannst du vielleicht zu mir kommen? Ja Weil dann warten wir hier Bis Wano Kicks Sich noch equipt hat Und dann Der hält Der hält nördlich im Wald an Nördlich? Ja, weiter nördlich Über mir? Ja, ähm Nein Also weiter von bei mir Also nördlich vom Krankenhaus aus Okay, okay Da hat er irgendwo angehalten Im Wald Ikea-Mission ist das Da schießt wieder einer Jo, ich sehe einen Der fährt jetzt mit mir Oh, der ist da, wo geschossen wird Ah, ich sehe einen Der läuft da Wo? Zumindest ein Zombie läuft auf ihn zu Südlich Äh, auf In der Mitte So, um so einen riesen Ich sehe den Ich sehe Nasel Der gerade getötet wurde Aber ich weiß nicht, von wo aus Der getötet wurde Ich habe Zombie Rage da gerade gesehen Ich war aber Der hat jetzt angehalten Okay, ich bin bei dir Okay Guck mal, siehst du, wo ich hingucke? Ja Aber vor uns sind ja diese Jo, ich sehe den Typen Ich sehe den Typen Der ist jetzt Der läuft da ganz hinten Der läuft ganz hinten Hat eine DMR Ist jetzt nach links Weggelaufen Soll ich mal hinlaufen? Kannst hinlaufen Du kannst hier am Wald Komplett rechts durchlaufen Der ist jetzt auf der anderen Seite Der ist weggelaufen Hat ein Nightvision Und eine DMR Also der hat einen Vorteil Hat aber Wahrscheinlich kein Zero Und daher Auf Distanz Können wir gegen den kämpfen Wenn wir die ersten Schisse überleben Und mich am besten dirigieren Naja, du kannst komplett durchlaufen Der ist ganz auf der anderen Seite Mokkappas auch fing Vom Norden, ne? Der ist hier Da liegen auch einige Botleichen Wo bist du? Du kannst Ja, du kannst noch viel weiter Du kannst komplett durchlaufen Da sind noch 500 Meter Ist der Locker noch von dir weg Weil das war das letzte Mal Dass ich ihn da gesehen hab Weil der ist da weggelaufen Ich weiß halt nicht Wo der hin will Weil von da aus Hat er nur einen Nachteil Ich glaub Der will nur flankieren Ja, dann müsste der aber Komplett auf die andere Seite Von uns Das heißt Er wird von dir aus Links irgendwo auftauchen Kannst du hinter mir Immer schön gucken Quizix Warte Ich hab ihn grad gesehen Wen? Der ist Der läuft schon Der ist schon Südostlich Also der ist auf der Straße schon Der ist da bei der Straße Okay Der ist also Perry Genau auf der anderen Seite Von dir Jetzt wieder Eis hinterlegen Der liegt an der Steinmauer An der Straße Soll ich schießen? Ist er jetzt nördlich Oder südlich? Wen meinst du denn? Südöstlich von dir Moka Wenn du die Straße entlang guckst Dann müsstest du so eine kleine Südöstlich? Ja, südöstlich Der ist auf dieser Asphaltstraße Da liegt er neben So neben so einer Steinmauer Ich weiß nicht, ob du das einsehen kannst Weil das so eine Berge Schieß mal ein, zweimal drauf Okay Ich seh ja die Leute Spuren Sekunde Okay Ja, jetzt Jetzt hab ich's gesehen Der läuft weiter Der läuft weiter Südöstlich Okay In den Süden Oder in den Ost mein ich Der läuft zurück Der läuft zurück In den Süden Der läuft weiter runter In meine Richtung? Ja, ja Der läuft zu dir zurück Aber gleichzeitig auch runter Ja Perry Ich seh Perry nicht mehr Aber der muss einfach bei dir sein So noch viel weiter vorne An der Straße Aber da irgendwo Aber du hast gesehen Wo ich ihn geschossen hab, ne? Ja, ja Neben mir Ich muss neben mir aufpassen Den läuft durch die Straße Auf jeden Fall Ja, okay Bandits oder Pirates Das ist ein Schmuck To be found Manokicks Zwei Kilometer Sollten langsam schon um sein Ah, ja 900 Meter noch Aber du musst mir noch mal Neuen Gruppen in White checken Irgendwie ist der abgelaufen Quizzix Ich hoffe Du hörst Immer zu Ob einer bei dir hoch geht Ja, ja Tu ich Da schießt Der M2 Ich Das ist Mucke Äh, das Perry mit der M60 Ja, der läuft weg Dann lass ihn weglaufen Dann lass ihn weglaufen Ähm Ich find dich nicht Wie heißen wir mal? Du hast Gild Fanta Gild Fanta Du hast noch mal gestorben Ja Da schieß jemand Schon? Der Front Der Dings ist hier, glaub ich Oh, ich seh einen Ich seh einen Ich seh einen Ist tot Odin was killen Ne, ne, ich seh ihn Der lebt noch Ich glaub, dass du Du bist nicht mehr Ja, ich seh auch einen Soll ich ihn schießen Soll ich ihn schießen Ich, warte, warte Warte Ich muss eben Positiv Guck du das Guck du das bei dir Also das, äh Von nur an einer Kommt 600 Meter 100 Meter Für Schatz Fuck, jetzt hab ich weggeguckt Wo der war Und wo da war Ich seh ihn, der hat sich hingelegt Der hat sich hingelegt Der liegt jetzt bei Bei diesem kleinen Zaun Bei dem Holzzaun Ok, ok, wo genau An welcher Seite Ende von dir aus Oder am Anfang Rechts Am Ende Weit am Ende Der liegt unter dem Busch Ok, da musst du liegen Jo, ich seh den Ja, der liegt da Der guckt den Berg hoch Ja, der geht jetzt weiter Der geht weiter Er läuft zurück Ich hab Angst, dass einer Neben mir kommt Wenn einer neben mir kommt Hab ich echt ein Megaproblem Kommst du dir Muka und deckt dir den Rücken Jo, ich seh den Ich seh den Ich seh den wieder Er läuft jetzt Im Krankenhaus 700 Meter Er läuft wieder nach unten Läuft zurück Ich glaub, er will die Leiche looten Jo Ist tot Nice Soll ich mal da hinlaufen? Ne, ne, ne Wir warten auf Manokeks Ich bin da Ich bin da Ich bin da Was? Ähm Meinst du, ich schaffe es zu ermischen Dass ich mir eine Waffe schnappen kann? Jaja, die ist komplett clear Die ist komplett clear Ich lauf hier gerade auch um Ja Perry, kannst du hinter mir gucken Im Wald Einer müsste noch Von der anderen Seite kommen Wenn das der SUV wär Ja, ich guck auch da die beiden Wir müssen das immer so machen Einer spottet Am besten einer immer mit dem Sniper Oder Ja, einer der spottet immer mit dem Sniper zusammen Weil dann kann man auch mit Rangefinder gut zusammenarbeiten Und die anderen beiden, die machen frontal Ah, schützt auf mich Wo? Von Südosten Okay, das muss wieder der mit dem Sniper sein Kann ich nicht einsehen? Ja Ich sehe ihn nicht Südosten muss da sein Das war was Hochkalibriges Ja, müsste dem erst sein Sonst lauf mal zum Krankenhaus Ich dirigiere dich Oh, bin dabei Ich habe auch ein Nightmare schon aufgezogen Ja Aber ich bin schon 9000 Blut Versuch ein bisschen weiter nach rechts zu laufen Genau, fast 90 Grad nach rechts Ich dirigiere dich zu zwei Leichen Ich gucke in der Zeit alles andere Ob ich einfach nur einen sehe Ich sehe den Sniper noch nicht Nee, ich glaube ich kann ihn gar nicht Ich kann mir gut vorstellen, dass der von dem Ich kann mir gut vorstellen, dass er von dem Berg, der da ist, rechts von mir Dass er davon geschossen hat Nee, nee Aber auf dem Berg wollte ich dich eigentlich hinterlegieren Aber da kann keiner sein Da gucke ich schon die ganze Zeit hin Da haben wir gerade zwei getötet Der muss ganz im Süden sein Also genau auf der anderen Seite von QuizX Boah, ich hätte geschossen Von ganz weit weg Das ist ungefähr ein Kilometer Ja, ja, das ist dieser Typ Und der hat, der hat, äh, der hat kein Zeroing-Waffe Der kann nur random schießen Deswegen trifft er auch nicht Wenn du hinter dir Schritte hörst, ist das nicht toll, dass du nicht Ja Lauf ich noch richtig, Mucke? Warte Ähm, rechts 90 Grad rechts nochmal Genau jetzt, wo du hinläufst Jetzt so halb Diagonal Diagonal den Berg hoch Aber die kommen auch nicht Da kommen wir auch an Wir merken uns hier, wo wir, ähm Wir merken uns, wo der Helikopter steht Den können wir dann morgen oder so holen Wir haben ja den Key Oder nachher, keine Ahnung Jetzt links, 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 sorry Links, äh, 90 Grad auf dem Berg Über die Straße Müsstest du sehen Da sind zwei Leichen Einer von denen hat ein Large Gunback und so Ja, ich sehe die erste Leiche Ne, ich glaube, du läufst falsch Rechts, rechts Ja, ich, ich laufe ein bisschen ziehtzeig Ich habe keine Lust, dass ich getroffen werde Ja, ich sehe halt nur deinen Namen Achso, okay, okay TWS-Visiere gibt's hier nicht, ne? Ne Hoffentlich nicht Oder sonst würde das mir go Ja Ich kann ja vorstellen, woher der schießt Aber ich sehe den da nicht Und das ist viel zu weit, dass der einen Kill machen kann Klopfen könnte, der hat hier schon neben mir eingeschrangen Mich hat er getroffen Ja, aber nur 2000 Schaden Das ist nix, das Das halt diese DMR-Waffen, glaube ich, die der hat Auf Distanz macht die kaum Schaden Weil der schießt das wirklich 800 Meter oder so Genau da sind die beiden Leichen Einer von denen hat ein Large Gunback Wow Ich werde geschossen Ich weiß nicht, was das war Alter Peri, du bist hinter mir, ne? Ja Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine mit dem SUV Da oben snipet an dieser weißen Scheune Stimmt, der mit dem SUV hat auch noch gelebt Wir werden jetzt, wenn Manu Kriegs was gelootet hat, ziehen wir uns zurück Wir haben alles Ne, bei dem Typen hier im Rucksack sind ganz viele Teile für den Helikopter Der könnte damit den Helikopter reparieren Meinst du? Meinst du? Hast du eine Engine und ein Scrap Metal? Ja, ja Alles drinnen Okay, dann können wir mit dem abbrauen eigentlich Also wir können damit wegfliegen, weil Und das braucht der nur Der Helikopter steht extrem ungünstig, aber jetzt ein Wegfliegen Kannst du die Sachen alle nehmen? Genau Wir nehmen die, wir kommen einfach beieinander als wieder Oder ich habe meinen Rucksack und dann können wir tauschen Nein, nur nachts ist es unterfisch Machst du einfach heute Nacht irgendwann mit Manu Wo warst du denn? Ja, das ist ja noch nicht Ist halt, wenn dann ein Sniper mit Nightwishen ist, ist halt Quatsch, jetzt noch mehr Leute sterben zu lassen Der Helikopter kann nicht wegfliegen, fertig Laufen wir gleich einfach ein Stück weg Packen Fahrräder aus und fahren Fahrrad Das ist ja noch eine erfolgreiche Operation Jo Leute, da ist das Video auch schon zu Ende Wir hoffen, es hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar Samstagabend kommt wieder ein DayZ-Stream Heute Abend kommt ein CSGO-Stream Und so weiter und so fort Haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao